so herzlich willkommen zurück bei alien isolation wir sind hier nicht alleine das alien wartet schon auf uns wir sollen jetzt so hier aktivieren sie die andock klemmen ok steht hier kann ich habe schon eine weile nicht gespeichert ich meine ich weiß nicht was ich machen soll nicht auf der gleichen ebene wie wir oder den typ hier habe ich ja schon eine rein ja und er dürfte uns jetzt erst mal nicht stören auf den terminal aber man guckt noch mal kurz ja wir sind da oben so da ging vorhin jedenfalls nichts gut war mir das fehler ja jetzt die anderen sind aktiviert Wo ist der Kontraum? Moment mal, da wieder hoch. Dann gerade. Wo ist der Vieh draußen oder was? Schwören die draußen auf der Station rum? Ich tippe mal, da ist oben und unten ist Feuer. Oben auch, aber nicht so viel. Ich könnte mich hier hinter verstecken, ja. Dann fahren sie die Personalbrücke aus, ok. Naja, wir müssen da irgendwie rüber. Jetzt seid ihr noch auf dem richtigen Weg. Jetzt fängt doch immer noch alles an zu scheppern und zu wackeln. Auf jeden Fall sagt er ja nicht von wegen Gefahr ist nah oder sowas beim Schmeichern, das ist schon mal gut. Wir haben ja eine Weile überlebt. Jetzt haben wir Farbe in den Expressen. So, können wir allerdings nochmal... ...zurück scheuchen. Verlaine, die Personalbrücke wurde entfernt. Die ist längst nicht mehr hier. Was? Moment, ich glaube ich kann die Wartungsbühne benutzen. Wenn ich einen Raumanzug finden kann, kann ich noch zu Ihnen kommen. Seien Sie vorsichtig, Ripley. Fahren Sie die Wartungsbühne aus. Wie mache ich das? Den Terminal vor meine Nase. Da ist ein Schrank. Ich hoffe das klappt. Nein, ich guck. Fehler... Freigeben sind wir uns... Geschafft! Wo muss ich jetzt hin? Oder passiert irgendwas? Okay. Muss jetzt... Äh... Sind jetzt hier dahin. Schande. Ich glaube kein Plan hier. Liegt da hin? Hier scheint es nirgendwo weiter zu gehen. Hier scheint es nirgendwo weiter zu gehen. Achso, da oben muss man wohin? Wo das Ding raus ging? Aber wie komme ich da hin von hier? Hier ist es zum Verstecken. Da oben sind wir reingekommen. Alter. Alter. Also hier im Raum scheint nichts zu sein, wo ich irgendwie weiterkomme. Hier war alles nirgendwo. Da unten war ja nur der Fahrstuhl an die Treppenflur. Ui, ging es da noch höher? Glaub nicht. Zur Luftschleuse. Da, 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 da. Um die auf die Tore zu kommen. Ne, okay. Schauen wir mal. Ich meine, das war jetzt eben nicht schwer da zu machen. Weil wir wussten Kläpfchen drücken. Aber egal. Lieber einmal mehr speichern oder zu wenig. Da war mir doch klar, da tue ich auch nochmal wieder auftauchst. Also nach oben geht es nicht. Da unten geht es. Hier ist nur was zum Verstecken. Da ist nur was zum Einsammeln. Da ist nur was vom Verstecken. Da geht die Tür raus. Jetzt lass mich mal kurz hier hinter. Guck mal auf der Karte. Wird sagt das mir. Nichts weiter. Sind wir genauso schlau wie vorher? Okay, wir sind erst weiter runter. Aber ganz nach unten wird es nicht sein. Aber hier denke ich mal nicht, dass wir da groß weiter kommen. Ne, da kommen wir nicht weiter. Da ist alles. Nur noch Feuer. Was auch immer hier alles brennt. Meine Fresse. Ich weiß gar nicht, äh, zu einer Raumfahrtarminell. Luftschleise. Warte mal, die sind von vorne da rangekommen, ne? Müssen wir hier irgendwie durch. Mit dem Feuer ist nicht so einfach hier, mich da zu verstecken, wie ne? Mit dem Feuer ist nicht so einfach hier, mich da zu verstecken, wie ne? Ist das schon mal wieder spannend, ne? Also ich muss hier erst raus, okay. Da sind viele, okay. Ich muss hier. Wo sind die denn? Da steht's noch. Scheinbar sind die hier, oder? Das war ja klar. Das war ja klar. Da habt ihr mich da wieder abverkündern wollen. Ich komm hier nicht weiter. Ich komm hier nicht weiter. Es sind vier aber da lang. Wow. Das ist meine Chance gewesen, hier an dem vorbeizukommen. Ah. Kannst du dich mal irgendwie verpissen? Ach, bis zu spät gedrückt. Das ist aber auch fies, ey. Wie soll es denn an die Viecher vorbeizukommen? Oder man legt sich echt drauf an, die zu verscheuchen. Geht da aggressiver vor? Versuchen wir die Feuerwehr, okay. So, dann gehen wir den Vieh mal hinterher. Ich weiß nicht, ob das schon das Finale denn ist. Falls wir den Vieh denn da erreichen sollen. Äh, den Vieh. Schon raus, ja. Die Torrents erreichen sollten, die Luftschleuse. Kopf langsam mal, dass ich das geschleiche. Ist ja mal nicht schlecht, ne. Ja, das ist aber auf Dauer ganz schön anstrengend. Na, wo willst du denn? Das sind echt zwei hier, ne? Ja. Einer geht nach oben. Der andere weiß noch nicht. Der andere weiß noch nicht, ne? Fuuuua. Oh, keine Munition mehr, ich habe es zu doll gemacht, wo hätte ich denn dahin müssen, meine Fresse. Jetzt ist ja wieder das Finale hier, zögert es natürlich wieder extrem hinaus. Haben wir den schon untersucht gehabt, denke ich schon, ja. So, falsche Seite, wir müssen da raus, denke ich will. Wir machen das und hier, oder wir wissen das oder was. Mal gucken, ob ich da so einen komischen Geräusch mache nochmal. Da muss ich nur tanken und ein Geräusch machen. Da geht viel nach oben, das ist interessant. Ja. 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 innen. Und noch kommt hoch, rüpple. Ich werde mich denn jetzt noch erwischen. Eine weggeschaut, die andere macht mich fertig, oder was? Also das ist doch scheiße mit zwei Viechern, Janu. Das kann ja jetzt dauern hier, dass ich hier mal durchkomme. Dass ich hier auch nicht fertig machen kann, dann hast du ja mal vorhanden, aber nee. Ja, ist gut, haben wir gebastert, meine Faser. Äh, nicht laufen. Aber dass das eine Vieh denn doch wieder hochging, sagt ja, dass das denn doch nicht vorhersehbar ist, dass wir das selbe machen. Ach, tut mir leid. Ach, tut mir leid. Ich kann ja auch nirgendwo ausweichen, wo es ist. Ich kann ja auch nirgendwo ausweichen. 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 Jetzt haben sie mich auch noch nirgendwo ausweichen. Wer soll mich denn hier retten? Ich alleine? Der war mal so kurz vorm Ziel, ey. Der ist ja wohl vorm Arsch. Ich kann ja auch nirgendwo ausweichen. Ich kann ja auch nirgendwo ausweichen. Das Spiel will ich auch nicht aufgeben. Zu dich bin ich doch gar nicht dran am Feuer, Mädel. Das stellt sich öfter an. Nicht umsonst haben wir Revolver, Moonnick, äh Quatsch. Flammenwerfer. Ich dachte, hier wäre noch was gewesen. Läuft fackensvoll. Ich hab keinen Plan, wo wir hier sind. Mal ein bisschen durchladen hier. Von da können wir eigentlich nur hier durch. Boah ey, wie viel Eier sind wir hier noch? Da geht es nicht weiter. Kurze gezielte Feuerstöße. Das Spiel macht mir doch echt mal fertig, ey. Da war die Sinn. Wo, wo, wo? Wo, wo, wo? Wie kriegt man da immer bis hin? Wieder? Ja, nochmal. Ich dachte, das wird das Finale, aber nö. Haben sie hier ein alternativen Nest aufgebaut, ja. Weil das andere hatten wir doch zerstört, oder nicht? Geht denn hier halbwegs die richtige Richtung? Puh, sieht so aus, ja. Das war ja echt fies, ne? Wir hatten den Raumanzug schon so gut wie an, ey. Da erwischt uns das Fino. Ich mein, hier brennt es sowieso überall, ne? Mal nachladen. Verbraucher auch von den kontrollierten Stößen, also sind es wohl nicht so kontrolliert, wie ich es hätte vielleicht machen müssen. Aber warum nicht hier so viel Flammenwerfer-Überung? Hihi. Na gut für uns. Aber was wäre eine logische Erklärung dafür? Was denn? Oh, wie hat es gerade gehackt gehabt? Oh, jetzt kann ich den ganzen Scheiß nochmal machen, ja, ja. Ja, aber es ist Mädel, so dicht war ich gar nicht dran, ne? Das ist nur zu fallen, okay. Ja, das ist manchmal dann schon ein bisschen Ärger, die denken, hä? War doch eigentlich weit genug. Flammen habe ich auch draufgehauen. Na gut, das waren zwei. Ja, wenn du zu zögerlich bist, ist das auch kacke. Ich glaub, ich hab da was übersehen. Vorher hatte ich mehr. Meine ich. Aber wie gesagt. Da hieß sie noch. Das war jetzt doch der falsche Weg, aber glaube ich nicht. Ja. Da hieß sie noch. Ich muss noch... Ne, 92. Nicht, 32. Ich hab da da versehen ich nirgendwo. Hier kommen doch gleich die Szene, wo die Viecher runterkamen. Geh zurück, Mädel! Ich drück hier die Taste, kann hier nichts machen. Warum kann ich nicht zurückgehen? Ich sagte von Quatsch, warum kannte sie nicht? Da bin ich eben gerade durch. Ja, oder durfte sie vielleicht nicht angreifen. Hier haben wir auch alles kaputt gekriegt, hier war das hier nicht das Dingsbums, Transitding. Wie weit sind wir denn hier schon? Uiuiui, da ist ja noch ein ewiges Ende. Da vorne geht es nicht weiter. Und jetzt los, achso, ach, Maschum. Jogi, Jogi, Jogi. Da hat er ja nicht genug Radau gemacht hat. So, wo sind wir jetzt da? Da man hier auch nicht zwischenspeichern kann, ist schon. Jetzt waren wir aus Flacken, äh, Verlamm. Ich dachte, da wäre schon wieder so ein kleines, lästigen Krabbeler. Hat einer seine Flipflops vergessen? Nicht genau, ob er braucht, hat kaum keine Munition. Ist für, sag mal, die Aliens sowieso nicht hilfreich. Die Gitarre ist umgekippt, moine Fresse. Und da sind wir gekommen. Oh, die Folge ist auch schon wieder fast rum. Werden wir in dieser Folge immer noch nicht schaffen. Na, okay. Hauptsache, schaffst du auch mal. Dass man dann mal so schlecht speichern kann. Man muss jetzt, wenn ich jetzt wieder einen Fehler mache, auch schon wieder so viel nachspielen. Und wie ihr sagt, was soll ich mit Munition? Das hat ja mit, oder was war Munition? Ja, äh, keine Bewandtnis mit den Aliens hier. Das hat auch da eben schon im Schatten der Welt. Ja, ich muss es hier einfach nur durchschaffen. Ja, ja. Ja, ja. Ich will da natürlich natürlich mit Leertaste aufziehen. Ist das denn jetzt schon wieder? Oder Rauch oder was? Ja. Ich will da mal natürlich mit Leertaste aufziehen. So, ja, wo gehen wir jetzt am blödesten lang? Darüber, wir sind also andere hinter uns. Hau, wenn das mal nicht knapp war. Guck den hier wieder raus, gar nicht, ne? Ja, da kommen wir nicht weiter. Jetzt hier. Wir sind jetzt hier irgendwie rechts. Oder kommen wir da noch weiter? Keine Ahnung. Wo ist die Leiter da? Ich glaube, das wäre scheißegal. Da hätten wir das früher oder später versucht. Die Sequenz war drin, ne? Alter, man sieht hier auch nichts. Ach, geh doch da durch, Mädel. So, wir sind erstmal bei den Zügen weg. Sieht so aus. Hinter uns wäre natürlich die einfachste Variante. Aber das wird nicht klappen. Wir müssen hier wieder, ähm, riesenglisch ratschen. Aber lustig, wenn wir mal wenigstens speichern könnten zwischendurch. Ähm. Und hier geht anscheinend nur durch die Luftschleuse da vorne weiter. Ja, ich sehe gerade, die Folge ist auch schon wieder um. Wird also da noch ein bisschen mehr. Also bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt.